Was macht man als erstes, wenn die Alte einen verlässt? Na ganz sicher keinen 5 Minuten Track, in dem man heult wie eine Bitch und sagt danach, wie man sie killt Ey Unico, sei mal ehrlich, was schiebst du und darf in den Film und Sie will, dass du ihr jetzt auch zukusst bei Ficken, Sad Music Synonym für wirre Geschichten Erzähl davon, wie du nen Typen für ne Alte geklatscht hast, ich hab dir auch gefickt, Comran, du Bastard Petro ist anscheinend, dass Code ihn wohl zu Kopfisch ging, denn statt unten eins hat dennoch wieder puren Bots geschrieben Keine guten Zeilen, aber dafür halt n Plugin drauf, hättest du dir lieber statt Antares Mattenenk gekauft Wenn du mal wieder Englisch in den Zeilen kickst, kriegst du dabei scheinbar selber deine Wackness gar nicht mit Ist schon peinlich, wenn man sowas halt echt gar nicht kann Silben richtig zählen, für dich ja wohl ein Endgegner